Salve, ich bin deine Lateintotorin Asja. In diesem Video erkläre ich dir, wie du den Konjunktiv Präsens im Lateinischen im Aktiv und im Passiv bildest und wie du ihn übersetzen kannst. Um mit diesem Video etwas anfangen zu können, solltest du schon wissen, dass es im Lateinischen verschiedene Konjugationen gibt, die a, e, i, die gemischte und die konsonantische Konjugation. Du solltest ihre Form im Indikativ Präsens beherrschen. Außerdem solltest du schon eine Vorstellung davon haben, was der Konjunktiv in Deutsch ist. Im Tempel sieht Cornelia viele Statuen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com www.sofatutor.com Vielen Dank.